Eine SBV zu wählen, eigentlich ist das kein Hexenwerk. Obwohl, ähm, vielleicht doch. Ganz so einfach ist es nämlich nicht. Das Betriebsverfassungsgesetz findet darauf keine Anwendung. Es geht ja um eine SBV-Wahl, nicht um die Wahl der Betriebsräte. Sie brauchen die Schwerbehindertenvertretungswahlordnung. Da muss man sich immer wieder reinfuchsen. Alle vier Jahre. Aber ich habe kein Mitleid mit Ihnen. Das geht den Anwälten nämlich, unter uns gesagt, nicht anders. Drei peinliche Fehler sollten Sie aber bitte bei der nächsten SBV-Wahl im Herbst 2022, genauer vom 1. Oktober bis zum 30. November, bitte vermeiden. Und hier kommen die drei peinlichen Fehler. Sind Sie bereit? Peinlicher Fehler Nummer eins. Wenn Sie im vereinfachten Wahlverfahren wählen, dann brauchen Sie keinen Wahlvorstand. Sie brauchen eine Wahlversammlung. Also bitte merken, kein Wahlvorstand im vereinfachten Wahlverfahren bei der Wahl der SBV. Und ich sage Ihnen, was Sie noch nicht brauchen. Das wäre nämlich der zweite peinliche Fehler. Sie brauchen auch kein Wahlausschreiben. Ein Wahlausschreiben muss nur erlassen werden im förmlichen Wahlverfahren. Dritter peinlicher Fehler. Auf einer Wahlversammlung, da dürfen nur Personen vorgeschlagen werden als Kandidaten von Wahlberechtigten. Das heißt, als nichtbehinderter Mensch darf ich sehr wohl kandidieren für die SBV. Ich kann mich aber nicht selbst vorschlagen. Und ich sage Ihnen auch, warum ich das nicht kann. Weil ich an der Wahlversammlung ja gar nicht teilnehme. Das heißt, will ein nichtbehinderter Beschäftigter SBV werden oder stellvertretendes Mitglied der SBV, dann muss er sich vorschlagen lassen. Von wem? Von einem Schwerbehinderten oder einer gleichgestellt behinderten Person. Notfalls müssen Sie also die Wahlversammlung unterbrechen, als sogenannter Wahlleiter. Und ja, es gibt sehr wohl Wahlvorschläge auf Zuruf. Zwar haben wir eine geheime Wahl, aber wir brauchen im vereinfachten Wahlverfahren nicht etwa Wahlvorschläge mit Stützungsunterschriften. Sie sehen kein Hexenwerk, aber Sie wollen sich vielleicht nochmal umfassend informieren. Am besten bei uns im SBV-Wahlwebinar. Ja, sowas gibt es inzwischen. Ganz aktuell.